So, mehr Spiele. Neues Spiel. Äh, stimmt, jetzt muss ich mir ja auch noch einen Namen wieder ausdenken. Der rote Graf. Hm, es gibt keine rote Farbe. Das gleiche wie bei Division. Kann ich dir eigentlich beitreten? Ich habe hier nur Schnellbeitritt oder neue Spiele leiten? Naja, ich starte mein Spiel und dann jetzt. Kann ich nämlich Teilnehmer einladen. Neuer Teilnehmer. Äh, NPCs? Ah, hier. Du nennen. Oh, wei. Was? Du hast eine Frau. Ne, das ist, du hast den Charakter, den ich normal hab. Achso, ich sag das schon. Die dicke Frau, ey. Äh, passt das, wenn ich mal auf, äh, schwierig einstelle? Mal testen hier. Mal testen hier. Irgendwie kommen wir schon durch. Eben. Zufallswerte. Werte für Welt. Meine Farbe hat er auch noch. Hast du das Imperium-Paket auch? Ja. Ich hab... Genau, das ist das Vorbestellte-Ding. Ja. Mehr aber nicht. Okay, das wird lustig. Wir brauchen auf jeden Fall viele Inseln. Das wird sehr, sehr lustig. Die Gebühren sind doch ziemlich hoch. Wieso viele Inseln? Hast du gleich kleine Inseln, aber... Ja, bei Experte ist das irgendwie mit drin. Mehrheitlich Mittel. Ja, ja, und, ähm, Inselschwierigkeit schwer. Das heißt, wenig Ressourcen. Ja, stimmt. Ah, das wird lustig. Herr Tobi, du hast keine Ahnung, ne? Nein. Ich bin für das Spiel einfach zu doof oder einfach, äh, und deswegen weiß ich nicht, ob ich das überhaupt versuchen soll. Ich bin so zu doof, da kann es nicht zu doof sein. Ja. Das ist nur Bauen. Aber wir nehmen noch zwei MPCs, oder? Können wir mal machen. Wenn du auf einfach spielst, kannst du eigentlich nicht verlieren. Ja. Sagen wir mal so. Du kannst alles bauen, was du willst. Der Schott ist in mir zu. Der Schott ist in mir zu. Der Schott ist gut für die Haut. Er hat das gleiche Bild wie ich, das geht nicht. Oh, oh. Äh, äh, äh. Lassen Sie mich. Mir geht es gut. Ich suche nur meinen verdammten Gehstock. Ich kann ja nicht wechseln. Äh, Moment. Ah, hier. Äh, ich hätte auch darauf achten müssen. Wenn das hier schief geht, dann, du hast Willi das eingebrockt. Du musst Willi da auch wieder rausholen. Obwohl, hier bei den Teilen ist schon einfacher, weil die Zeit dabei steht, wie lang was zu produzieren braucht. Ähm, ist das die Farbe, die du haben möchtest, oder? Nö, es war blau. Moment. Äh. So. So. Oh man. Okay. Dann. Äh. Die Piraten sind auch auf schwer. Ich stell das mal grad runter. Sonst brauchst du nirgends hinfallen, glaub ich. Ja. Okay, auf geht's. Oh, der Willi hat schon geladen. Bei mir noch nicht. Bei mir bin ich vorn. Ja, jetzt schießt Gary durch. Ich bin fertig. Aber das lädt schnell, ne? Ja. Oh, oh. Jetzt schnell hier ne Insel suchen. Boot, Boot. Das frag ich mich auch grad. Steuermann. Auf geht's. Ländereien. Irgendeine schöne große Insel muss es doch geben. Admirale auf der Brücke. Ich muss ja nachher checken, ob das ist. Ich weiß nicht, weil man viele Inseln braucht, deswegen gleich am Anfang gleich Stifte. Aber ich hab nur eins, was Klamotten hat. Was Klamotten? Ja. Ja, hier zum Bauen. Ja. Die ist schon mal schick. Die schnapp ich mir sogar. Kann ich irgendwas markieren hier? Der hat vor mir hingebaut. Was soll denn der Scheiß? Ah, hier sind doch schöne große Insel. Hier ist Weizen und Kartoffeln sind da. Sind überall oben. Ja. Auf dem Großen. Mhm. So, dann baue ich mal. Willi Wibbelsock. Bin zu Geld gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Für dich gerne Willi, wenn du magst. Oh, ich sehe ein blaues Schiff? Ah, das bin ich. Hier ist Leder und Träubchen. Der Völker ist bereit. Wird schon Leder und Träubchen gekommen? Ja, hier oben. In der Ecke. Ah. Ich würde ja gerade gut zu dir passen. Weiß ich nie. Zu deiner Insel meine ich. So, dann baue ich mal. Ja, das wird interessant. Jo. So richtig schön Platz ist hier nicht. Bei dir habt ihr Insel oder was? Äh, ja sowohl als auch. Ich glaube die anderen Inseln sind einfach nur groß. Also mittel. Ach, Baukostenerstattung ist ja nicht aktiv. Ne. Du musst aufpassen, was du hast. Ja, ja. Oh. Nein. Hier bergweg auf einer kleinen Insel. Halt, da ist die gleich. He. Und hier. Topfen. Weiter wahrscheinlich. Jetzt habe ich hier eh direkt Öl vor der Fresse. Das ist auch kacke. Wieso kannst du hier gebrauchen, oder? Ja, aber da soll das Dorf hin. Was? Das Dorf? Ja. Fohnt direkt am Ölland. Egal. Aber auch mit den Tieren und so, das ist schon echt genial. Wieso kann ich den Countdown jetzt nicht bauen? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ich biete ihnen meine bescheidene Dienste an. Ich bin auf die Himmel. Ich bin zuversichtlich, dass sich ihre prekäre Lage bald schon ändern wird. Oh, man kann gar nicht vorspulen. Wieso kann ich den nicht bauen, wenn ich ihn verschiebe? Dann kann ich ihn nicht mehr auswilden, den Countdown. Äh, du musst auf den... Achso, Sekunde. Da bist du. Du musst dran fahren, wenn das Boot steht. Erst dann auf den Countdown klicken und dann ausbauen. Ja, ich kann ihn ja auch verschieben. Jaja, aber... Achso. Aber ich konnte ihn verschieben und dann war er... konnte ich ihn nicht mehr bauen. Und konnte ihn nicht mehr anklicken. Spielstand gespeichert. Ja, aber auf der Insel geht das auf jeden Fall, also... Ja. Ja. Oh. Ich bleibe nochmal weg und dann baue ich ihn direkt. Was haben wir hier? Salpeter, glaube ich. Ja. Ah, hier ist die Königliche Insel. Oh, hier habe ich Trauben und Hopfen. Hier unten ist noch eine dicke Insel. Äh, Hopfen und Paprika, okay. Das gefällt mir. In meine Insel. Meine traue Insel. Ah, Hopfen und Paprika. Ja, direkt neben dir. Ja. Dann nehme ich mir unten die mit Hopfen und Trauben. Ist nicht oben bei dir. Trauben brauche ich ja auch. Da ist kein Hopfen halt, ne. Oben ist Trauben. Ja, und Paprika ist auch mit Hopfen neben dir. Links von dir. Achso. Ja, oberhalb gleich. Da war ich noch nicht. Müsstest gleich mal gucken. Gleich so links ober dir. Aber wir könnten ja eigentlich... Äh, wo was? Zur Not handeln, eben. Mhm. Mal Handelsrufen. Handeln, sondern... Ah, hier. Hansrechte. Ah. Allianz. Noch jemand, der mich zur Strecke bringen will? Versuch's doch. Dann müsst... Äh, dann müsst's aber auch irgendwo noch was geben, dass wir die Gegenseite sehen. So, ich muss uns mal bauen. Oder sicher, ja, wir sind jetzt beide die Inseln vom anderen. Jep. Jetzt hast du eine Insel da oben. Aha, stimmt. Ja, jetzt haben wir die einzelnen Inseln. Ja, stimmt. Das ist auch auf dem Paprika. Cool. Da unten ist... Ha! Äh... Felle und Salpeter. Felle und Salpeter. Auf der anderen Ecke... Salpeter und... Hopfen. Hier sind ganz kleine Inseln mit, äh, Hopfen und Trauben. Auf der Karte Pingen geht irgendwie nicht, oder? Wollt nicht. Ah, hier ist noch eine große Insel. Hopfen und Paprika, eine ganz große. Sie ist klein, aber oben. Rechts... Äh, rechts oben, oder wie? Ähm... Genau, ganz rechts. Wo ist die Insel meinst? Die mittlere, die oberste ist... Hier sollte ich, glaub ich, mein Schiff nicht stehen lassen. Pirat? Miraten, ja. Ach, da unten rechts, ja, ja. Ah, das ist ja Zufall, es generiert hier, ne? So, hier nebendran hat direkt... der Gelbe... angefangen. Hä, der ist aber schon richtig fleißig hier. Sagen Sie mir, sind sie moralisch integer? Oder auch nur so ein schurkischer Langfinger? Äh, und du kannst Gebäude, wenn du sie, äh... anklickst und ziehst, kannst du gleich mehrere Gebäude bauen. Ja. Kannst auch vorplanen, ne? Wenn du dann auf Ausbauen gehst, kannst du die direkt bauen. Nach und fern sind für die Augen anspruchsvoller Kenner bestimmt. Da sind die ganz kleine mit Koppen und Paprika. Nebenbei mit Trauben. Ach, da unten links? Hast du aber entdeckt, die Olle? Achso, ja. Der Falke ist bereit! Trotz um die Olle. Ähm... Klick mal auf die... Olle da unten. Mhm. Dann ist er... Suchen, wenn du da drauf gehst auf das Fragezeichen, das blinkt die ganze Zeit. Ähm... Da sind Fehler noch drinnen. Stimmt. Ja. Da weiß sie noch nicht, was sie machen möchte. Ups. Was denn? Ich hab kein Holz mehr und... Ich kann keine Häuser deswegen bauen. Du hast keine Arbeiter. Lass mich raten. Ja. Flaggschiff steht zu Diensten! Ja, Sekunde. Flaggschiff beginnt Geleitschutz! So, was will ich spielen? Ich hab keine Ahnung. Oh, äh, stimmt. Wir sind doch schon fertig mit der ersten Folge. Dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Folge. Bis demnächst. wissen wir noch alle Amade. Wir sind doch alles ein bisschen. Ich hab keine Ahnung. In der dritte Folge. Wir sind doch alle Amade. Wir haben noch alle Amade. Augen. Wir sind doch alle Amade.